So let's play Kartoffeln Und was? Ich hab Kartoffeln Hallo Hallo Kartoffeln Hallo Ey Kartoffeln Ja, ich brauch heut mein Haus mal weiter Heute mal ohne Vanilla ist, weil der tot ist Der baumt Dein Haus, das ist ne Villa und kein Haus mehr Was? Ne, ich mein jetzt Killer Kali, das ist nicht mehr dein Haus, sondern ne Villa Das ist wirklich ein Haus, ich baue immer an diesen Dimensionen Nur weil ich zwei Stacks brauche um eine Runde drum zu machen Meine Villa Ich baue halt n... Hast du auch ne Treppe da hoch? Ja, hier an der Seite Links Das hab ich mir noch gar nicht angeschaut Die ist aber nicht so empfehlenswert, vor allem wenn du runter gehst Ich will Electric Staffs, hat jemand Electric Essenzen? Ne, grad nicht da mit meinem Dungeon machen Aber die Treppe, die Treppe ist jetzt nicht so schön Okay Du erkennst daran, dass es das zweit hässlichste ist, was ihn hier in der Landschaft steht Zweit hässlichste? Zweit hässlichste ist Markus sein Haus, zweit hässlichste ist dein... äh das hässlichste ist... Hallo Hallo Wann hast du das denn gesehen? Findest du das groß? Sag mal ganz ehrlich, das ist doch nicht groß Naja, es hat die doppelte Fläche von meinem Haus Und meins ist schon eigentlich groß Aber ich find das jetzt eigentlich so groß gar nicht Mal... Es ist noch ein annehmbaren Bereich Jaaaa Skype! Oh ja, danke, dass du dich dann anlässt Deine Aufnahme hat jetzt Skype schon versaut Aber... Das Haus wird ja auch noch nach unten fertig gebaut Also nach unten Bis zum Rundgestein Und nach oben bis zur Baugrenze Also wird's doch noch ein bisschen größer Aber ich lad euch dann auch alle mal zu messen ein Aber ich lad euch dann auch alle mal zu messen ein Da lad ich auch gleich mal Randal-Eisen im Haus an Du hast noch nicht eingerichtet, aber auch schön Habe ich eigentlich nur eine Eisenrüstung? Achso, weil ich ja keine Ahnung Wer ist doch voll für die Einrichtung da? Wer? Achso... Der Vanilla ist dann aus Hat er das letzte Folge noch gemacht, oder wie? Oder ist das... War zum Glück keine Ironie Was hat er denn hier jetzt so für Zeug? Angel... Metherrack Baum Wenn der Samen... Obwohl nicht Baubsamen So Seppids Ja man Spitzhacke Ich mach alles mit... Mann Spass Ey... Ich hab schon wieder... Kein Holz mehr Ich auch nicht Ich hab schon wieder alle Alter... Ich hab gar mal zwei Runden gemacht Schon wieder alle Ich hab drei Stakes, Junge Drei Stakes Drei Stakes Drei Stakes ist nicht viel Sechs Drei Stakes ist nicht viel Holz Ne, ich weiß aber das... Ich hab ja grad mal zwei, drei Runden gemacht Ja bei neiner Villa ist das auch kein Wunder Habe ich dir gerade schon gesagt Ja und die Bäume hier die sind auch witzig Die sollen mal wachsen Wechsen? Ja ich muss mal wachsen Bitte was? Ich muss dich wechsen Ich muss dich enttäuschen Bäume können nicht wachsen Nein 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 Scheiße... Scheiße... Wer hat das so gemacht? Wer hat die Scheiße abholt? Was soll eigentlich dieses kopische, in der Luft schwebende Gewill neben meinem Haus dahin? Sieht aus wie so ein Kran aus Erde Weiß ich nicht... Nicht von mir So, wo hab ich denn... Ich glaub das ist sogar Natur Und das soll Natur auch darstellen Aber das sieht richtig aus Das sollte schon Aber was... äh... Sinnvolles darstellen Fragt sich nur noch im Markt Ja Erde Erde dürfte nicht knapp sein So... Oh doch das sieht doch aus Hier Welt, ich schenke dir eine Feder Oh Und eine Blume Und fünf Samen Uiui Und zwei Flints Die man in den Harz vermüllen Stopp, 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 stopp Jetzt mal nicht so verschönnere Schlagen Beim Müll, mein Inventar hier Daten nennst du Müll? Daten nenn ich Müll Oh nee Deine Mikroqualität ist aber auch grad schlecht Weil du hackst immer ab Ich glaube Killerkadi du musstest den mal kicken Was muss ich? Neee Ach nicht in der Aufnahme Was mach ich dann an? Moment halt mal endlich weiß was los ist Wie sie besser wird Ich find der hört sich immer an wie immer Find ich auch Aber ich weiß wie es besser wird Super Also Vom Ich sage euch aber wann ich steigere mich Wäste Du bist Ich denke ich weiß nicht mehr Du bist Ich dachte Ich versichere mich Untertitelung des ZDF, 2020 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 3 4 4 4 9 9 9 Ouh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020